Aus dem Buch Hemingway, 49 Stories, erschienen im Aufbauverlag in der DDR 1965. Im Vorwort schreibt Ernest Hemingway, Über diese Geschichten ist nicht viel zu sagen. Die ersten vier sind die letzten, die ich geschrieben habe. Die anderen folgten in der Reihenfolge, in der sie ursprünglich veröffentlicht worden sind. Die erste, die ich schrieb, war oben in Michigan, 1921 in Paris geschrieben. Die letzte war Alter Mann an der Brücke, im April 1938, von Barcelona aus durchtelegrafiert. Ich schrieb die Killer, heute ist Freitag, zehn Indianer, einen Teil von Fiesta und das erste Drittel von Haben und Nichts haben in Madrid. Es war immer ein guter Ort zum Arbeiten, Paris, auch und auch Key West, Florida, in den kühlen Monaten, die Ranch bei Coke City, Montana, Kansas City, Chicago, Toronto und Havanna, Kuba. Einige andere Orte waren nicht so gut, aber vielleicht waren wir auch nicht so gut in Form, als wir da waren. In diesem Buch sind vielerlei Geschichten. Ich hoffe, dass Sie einige finden, die Ihnen gefallen. Alter Mann an der Brücke Ein alter Mann mit einer Stahlbrille und sehr staubigen Kleidern saß am Straßenrand. Über den Fluss führte eine Protonenbrücke und Karren und Lastautos und Männer und Frauen und Kinder überquerten sie. Die Maultierkarren schwanken die steile Uferböchung hinter der Brücke hinauf und Soldaten halfen und stemmten sich gegen die Speichen der Räder. Die Lastautos arbeiteten schwer, um aus all dem herauszukommen und die Bauern stapften in den knöcheltiefen Staub einher. Aber der alte Mann saß da, ohne sich zu bewegen. Er war zu müde, um noch weiter zu gehen. Ich hatte den Auftrag, über die Brücke zu gehen, den Brückenkopf auf der anderen Seite auszukundschaften und ausfindig zu machen, bis zu welchem Punkt der Feind vorgedrungen war. Ich tat das und kehrte über die Brücke zurück. Jetzt waren dort nicht mehr so viele Karren und nur noch wenige Leute zu Fuß, aber der alte Mann war immer noch da. Wo kommen Sie her? fragte ich ihn. Aus St. Carlos, sagte er und lächelte. Es war sein Heimatort und darum machte es ihm Freude, ihn zu erwähnen. Und er lächelte. Ich habe Tiere gehütet, erklärte er. So sagte ich im Verstand nicht ganz. Ja, sagte er, wissen Sie, ich blieb, um die Tiere zu hüten. Ich war der Letzte, der die Stadt St. Carlos verlassen hat. Er sah weder wie ein Schäfer noch wie ein Rinderhörd aus und ich musterte seine staubigen, schwarzen Sachen und sein graues, staubiges Gesicht und seine Stahlbrille und sagte, was für Tiere waren es denn? Alle Handtiere, erklärte er und schüttelte den Kopf. Ich musste sie da lassen. Ich beobachtete die Brücke und das afrikanisch aussehende Land des Elbrodetadlers und war neugierig, wie lange es jetzt wohl noch dauern würde, bevor wir den Feind sehen würden. Und ich horchte die ganze Zeit über auf die ersten Geräusche, die immer wieder das geheimnisvolle Ereignis ankündigten, das man Fühlung nehmen nennt. Und der alte Mann saß noch immer da. Was für Tiere waren es, fragte ich. Es waren im Ganzen drei Tiere, erklärte er. Es waren zwei Ziegen und eine Katze und dann noch vier Paar Tauben. Und sie mussten sie da lassen, fragte ich. Ja, wegen der Artillerie. Der Hauptmann befahl mir, vorzugehen wegen der Artillerie. Und sie haben keine Familie, fragte ich. Und beobachtete das jenseitige Ende der Brücke, wo ein paar letzte Karren die Uferböschung herunterjagten. Nein, sagte er, nur die Tiere, die ich angegeben habe. Der Katze wird natürlich nichts passieren. Eine Katze kann für sich selbst sorgen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was aus den anderen werden soll. Wo stehen sie politisch, fragte ich. Ich bin nicht politisch, sagte er. Ich bin 76 Jahre alt, ich bin jetzt zwölf Kilometer gegangen und ich glaube, dass ich jetzt nicht weitergehen kann. Das ist kein guter Platz zum Bleiben, sagte ich, falls sie es schaffen könnten. Dort oben, wo die Straße nach Toronto abzweigt, sind Lastwagen. Ich will ein bisschen warten, sagte er. Und dann werde ich gehen. Wo fahren die Lastwagen hin? Nach Barcelona zu, sagte ich ihm. Ich kenne niemanden in der Richtung, sagte er. Aber danke sehr, nochmals sehr schönen Dank. Er blickte mich ganz ausdruckslos und müde an. Dann sagte er, dass er seine Sorgen mit jemandem teilen musste. Der Katze wird nichts passieren, das weiß ich. Man braucht sich wegen der Katze keine Sorgen zu machen. Aber die anderen, was glauben Sie wohl von den anderen? Ach, wahrscheinlich werden sie heil durch alles durchkommen. Glauben Sie das? Warum nicht, sagte ich. Und beobachte das jenseitige Ufer, wo jetzt keine Karren mehr waren. Aber was werden Sie unter der Artillerie tun, wo man mich wegen der Artillerie doch fortgeschickt hat? Haben Sie den Taubenkäfig unverschlossen gelassen, fragte ich. Ja. Dann werden Sie wegfliegen. Ja, gewiss, werden Sie wegfliegen. Und die anderen? Es ist besser, man denkt nicht an die anderen, sagte er. Wenn Sie sich ausgeruht haben, sollten Sie gehen, drängte ich. Stehen Sie auf und versuchen Sie es erst einmal allein zu gehen. Danke, sagte er und stand auf, schwankte hin und her und setzte sich dann rücklinks in den Staub. Ich habe Tiere gehütet, sagte er eintönig. Aber nicht mehr zu mir. Ich habe doch nur Tiere gehütet. Man konnte nichts mit ihm machen. Es war Ostersonntag und die Faschisten rückten, gingen Ebro vor. Es war ein grauer, bedeckter Tag mit tiefhängenden Wolken. Darum waren ihre Flugzeuge nicht am Himmel. Das und die Tatsache, dass Katzen für sich selber sorgen können, war alles am Glück, was der alte Mann je haben würde.